Jo Leute, was geht, Manni am Start. Wir zocken jetzt mal auf Horaceo 75. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren. Kommentieren. Alles gratis, kostet euch nichts. Und ihr seid immer auf dem Laufenden. Schade. Nächstes Sitztier. Nächstes Sitztier. Schade geht rein. Jetzt aber. Jetzt komm. Jawohl. Sicher, Junge. Ja, aber man muss auch was bezahlen, weißt du? Bringt ja nichts, wenn ihr nur Spiele schmeißt und kommt nichts bei rum. Jetzt. 2,25 Euro. Eine Pommes ohne Mayo. Aber ohne Mayo. Kleine, gell? Nicht groß. Ja. Kleine, klar kleine. Was denkst du für 2,25 Euro? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht groß, oder mittlere. Komm jetzt, Mensch. Komm jetzt, Mensch. Ja, hol raus. Ich hab ohne Mayo. Du hast mit Mayo. Ist gut. Können wir Mayo halbe halbe machen? Kaufe ich dir ab. 25 Cent. Kaufe ich dir ab. Komm jetzt, Mann. Mach was hier. Soll die Scheiße, ey. Leider Gottes nix. Da ist ein Schwein, ey. Letztes Spiel geht der noch weiter. Für nix. Oh, jetzt zehn Packungen. Oh, da sind die vier Siebener. Oh, ja. Gar nix. Schrott. Hab ich jetzt grad gar nicht geguckt, weil ich mir die Siebener reingezogen hab. Aber ich hab gesehen, du hast nur noch 2,20 Euro. Eben, ja. Ja. Eben, korrekt. Wenn Freispiele kommen, musst du tanzen. Sonst schmeißt der Automat nix, weißt du? Aber solcher Arabermusik kann ich nicht. Kannst du auf arabische Musik nicht tanzen? Ja. Was soll ich anmachen für dich? Sag dir vorun an der Theke Bescheid. Sag DJ, mach mal was für ein Nüftiges an. Hä? Deutsche Musik. Kann ich dich ein bisschen führen dann? Nein, nein. Nein, Spaß. Spaß muss sein. Sonst macht das Spielen auch keinen Spaß. Nur Frust. Komm jetzt mal noch mal rein hier. Mit einer schönen Rutsche. Mit einer schönen Rutsche. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Ach ja. 80 Euro da mal Spielwechsel, wenn nichts mehr passiert. So. Und dann ist hier drin in der rechten Halle. Warum? Bei einer freindschule. Ja, aber was soll ich tun? So ist das Leben. Bei dem einen so, bei dem anderen so. 1 bis 2 Chancen, dann kommt er noch mal rein. Holst du raus, 50 Euro? Korrekt. Für den einen ist gut, für den anderen zu wenig. Ich bekomme 20 Euro für eine Stunde Arbeit. Was machst du, Timer-Sage? Nein. Ja, weiß ich nicht, kann ja sein. 20 Euro für eine Stunde arbeiten? Verkäuferin? Bist du Verkäuferin? Ich weiß nicht, ich arbeite nicht. Ach so, du arbeitest nicht. So, ja, weil du sagst Verkäuferin, ich bin doch keine Verkäuferin. Na, ich sage 20 Euro für eine Stunde, dann verkaufe ich wieder. Ach so, ja, ja, gut, klar, logisch. 20 Euro guter Stundenlohn. Andere verdienen 9 Euro, 10 Euro mit Ach und Krach. Wo denn? Es geht nicht mehr. Mindestlohn ist so fast 10 Euro. Ja. 10 Euro würdest du nicht mal meinen Fußzeh aus dem Bett bewegen? Das, äh... Mindestlohn jetzt wie viel? Ja, dann würdest du nicht mal einen Fußzehk rüber bekommen? 45 Euro. Das ist schon höher. 9,45 Euro? Ja, das Mindestlohn. Echt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss da nicht so nach gucken. 9,19 Euro. 9,19 Euro? Ja. 9,19 Euro. Das ist 4. So, was film ich denn hier? 45 Minuten weg, 10 Euro. Ja, hast du recht. Ich hab schon 200,000 Mindestlohn gedreht. So, mal trick. Netto. Ah, komm. Nightslap haben sich auch viele gewünscht. Nice. Aber wenn Riffle kommt, dann ist es gut. Das ist ein super Spiel. Ja, ja. Erstens dauern drei Pferde 100 Jahre. Und dann muss er verlängern. Wenn er verlängert, dann ist er safe. Ja, was heißt safe? Ich hab schon mal gehabt, mit Verlängerung nichts passiert. Ja. Nur Dreck guckt ich mal an. Bei den Brust kommt dann alles gut, wenn nicht dann alles scheiße. Ja, ist immer so. Ja, ja. Wenn die wollen, wollen die. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das wäre schön. Dann wäre ich Millionär schon lange. Wenn irgendwie mit Handy hier klick, klick, klick. Ja? Ja. Das wäre schön. Aber siehst du, wenn nichts kommt, kommt nicht. Komm, schmeiß mal die Hyänen hier rein. Guck mal. Nicht mal sowas. Da ist scheiße. Ach. Am besten ist, er geht mit fünf Pferden rein. Dann ist gerappelt. Die Blokettkarte wieder zurück. Wir haben 20 Euro, natürlich. Und die Karte ist Spanien in der Straße. Und hast du wieder zurück. Gutes Geld. Gutes Geld, oder? Wenn du überlegst, draußen auf der Straße 20 Euro ist gut. Kannst du irgendwo sitzen, Kaffee trinken, was essen, trinken. Was weiß ich. Ja. Aber da hast du was von, weißt du. Du sitzt hier, du hast vielleicht gar nichts. Bist du am Arsch. Kaffee trinken, das ist okay. Kannst du Spaß machen, ein paar Sachen. Ja, ja, korrekt. Hast du recht. Das ist also 20 Euro, ja. Aber mehr nicht. Ja. Mehr ist scheiße. Ja, mehr ist scheiße. Hast du recht. Der Lieber, wo sie einen tollen Kaffee machen. Ja, aber wir haben drei Ruhe. Ja, ja. Okay. Beste Zeit für Roulette, ne? Oh, wie geht's, Bruder? Alles gut? Dankeschön, Mann. Versuch dein Glück. Oh, guck mal, weil der Frau bei mir voll am Schreien, wie geht's, Bruder. Oh, wie geht's? Alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Pferde haben keine Lust. Ja, ja, ja. Pferde kommen nicht aus dem Stall, weil schlechtes Wetter ist. Ich bin sehr froh, Bruder. Danke schön, Bruder. Ehrlich, danke, danke. Dankeschön, Bruder. Dann bin ich wieder. Aber das war gewöhnlich heute, ja? Ich gönn dir, Bruder. Erfahrungen hast du ja genug gesammelt, letzten Jahre. Ja, ich bin aber. Kannst du heute mal richtige Erfolge sammeln? Ja, ja. Kommen keine Pferde. Wo sind die? Im Hof. Im Hof, ne? Ja. Hol mal Peitsche raus. Wir müssen mit Peitsche, weißt du, damit die kommen. Sonst kommen die nicht. Guck mal da, wie der da in der fünften Walze am Krabbeln ist. In dieser Maschine. Ich habe gerade die Idee mit 20 Euro. Aber Bücher kommen nicht. Hä? Ich habe keine Buchspiele. Bücher kommen nicht. Ja. Bücher sind verfault. Spiel du, ich spiele nicht mehr. Komm jetzt, man. Lass mal hier einmal riechen. Einmal rein und gucken. Das ist ja schwer. Spielst du anders? Scheiße. Ja, das ist schwer, das Spiel. Dann kannst du vorbei. Spielst du anders? Was soll ich anders spielen? Das ist der Kanoop. Ja, ich weiß. Gleich. Bei 30 Euro mache ich Spielwechsel. Anderes Spiel, weißt du? Aber Hoffnung. Ja. Das ist doch der. Ja. Wie viel war drauf? 130, ne? Na ja, so ist das Leben, Mann. Guck dich mal an, was hier geht. Weißt du, ich habe 30 Euro verloren. Und der Mann bekommt Feierabend. Der hat Maschine auch. Der hat einfach gecheckt. Und sofort kommt sie wieder zu sehen. Ich spüre. 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 Ja. Ich spüre. Achtzigen. Verassig. Nimm das. Das ist gar nicht gekauft. Das ist gar nicht gekauft. Das ist gar nicht. Garantie. Garantie ist das. Ich habe keine Garantie. Ja, weil du so sicher gesagt hast. Ja, nimm das. Das ist dein Lieblingsspiel. Ja. Ich habe zwei Schliebe gekauft, das war Klassiker. Ich mag das auch meistens nur. Der liest nicht, aber trotzdem mag man gerne Bücher. Ach so, der liest welche. Ja, ich lese auch nicht gerne. Hätte ich so viel gelesen, wie ich das gespielt hätte. In ganzen Büchern, ja Mann. Überleg mal, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lagerhallen ich voll hätte mit Büchern. Ja, der will nicht rein, Mann. Spielen wir besser 5 Cent jetzt, ne? Nee, geht nicht. Das Spiel raff ich nicht. Warum? Nee, weil du kriegst dann diese Pferde und dann hast du ja Spiele, ne? Korrekt, ja. Und dann werden hier die Ritter zu Wilds. Aber er ist so hinten, was ist das glaube ich, ab dem letzten Spiel auch so. Ab dem 11. Spiel zahlt der mal 3. Mal 3, aber dann hast du ja als Joker. Also dann ist schon, wenn du eine Verlängerung in dem Spiel bekommst, hast du schon Bombenchancen, um einen richtigen Kracher zu machen. Egal, aber ich brauche nicht, aber ich brauche nicht. Ja, genau. Mit Verlängerung kannst du ihn schon mal auseinanderpflücken. So, Schnauze voll jetzt hier. Ich will erstmal Pause, was ist meine Rauche? Ja, Bruder, ich spiele das runter, den haue ich sowieso ab. Aber ich komme jetzt gleich. Danke. So. Jetzt spielen wir aus. 1 Euro. 1 Euro. So. Kommen erst mal 4 Wilds hier, weißt du? Auf Ansage, bitteschön. Warum hat er so viele Triggerbilder? Kannst du mir das mal sagen? Das Spiel ist richtig behindert, ich sag's ehrlich. Ich hasse das Spiel auch. Immer diese 3, 7er und 1er fehlt nämlich. Oder Wild, Wild. Grundsätzlich. Hier bei sowas, weißt du. Wo es mal richtig behindert. Du hast extra gemacht, dass er eine psychische Bumse hört. Ja, gut. Mich kann das so nicht abnerven, aber es geht mir das trotzdem auf den Sack. Das große Kracher fehlt mir in diesem Spiel einfach. Ja. Dass du jede Runde fast irgendwas Fettes siehst, aber da fehlt immer da oder da hinten oder da vorne. Ist einfach nur nervig. Oh, nicht mal ein Gewinn. Steuer. Oh, gar nichts, Alter. Das ist doch ein Witz. Alles versucht hier. Keine Pferde. Keine Wilds. Keine Gewinne. Ich mag Kirchen gar nicht nach der. Ja, Leute. Viel Spaß mit dem Video. Heidis.